herzlich willkommen zurück zum phantasus studio heute haben wir ein wunderschönes produktreview von euch und zwar wurde uns vor kurzem naja was heißt vor kurzem vor zwei monaten ein kleines päckchen zugesandt dass wir zum testen bekommen haben genau genommen geht es dabei um die farben der duncan roads painting academy vielen dank auch schon mal im vorfeld an ulysses die uns dieses hübsche päckchen gesponsert haben und in den vergangenen zwei monaten habe ich mich jetzt ausgiebig mit diesen farben beschäftigt habe viele modelle damit bemalt habe ein paar beispiele auch da zu denen kommen aber später und im großen und ganzen geht es eigentlich mal so um das review wie verhalten sich die farben wozu sind die farben gut und was kann wir mit denen machen gleich vorweg kommt natürlich die die preisinformation zu den farben das eine ist wir nehmen dann natürlich immer den 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 platzhirsch sagen wir mal und zwar ist das games workshop games workshop schlägt aktuell zu buche mit jeder farbe für circa drei euro 60 und dank in dem fall für zwölf milliliter halt und bei den duncan roads farben sind wir dabei eine füllmenge von 15 millilitern doch schon bei vier euro 50 also man zahlt quasi knapp einen euro mehr für nicht mal zwei milliliter gar mal so zwei milliliter was natürlich schon ein herber preispunkt ist ja im großen und ganzen bei den farben funktioniert das klassisch ich meine der mann hat bei games workshop gearbeitet ähnlich wie bei games workshop das heißt man hat eine grundfarbe die extrem pigmentiert ist stark deckend auf jeder form von untergrund schwarz weiß ist vollkommen egal die farbe sieht nachher genauso aus wie sie aus der flasche kommt kann man eine schicht drüber ziehen deckt sofort ohne probleme bei den layer farben ist es dann tatsächlich so dass man pro layer je nachdem die gewünschte stärke dosieren kann indem man halt die farbe pur aus der flasche nimmt und dann eine bis zwei schichten macht daher wahrscheinlich auch der name to thin layers oder to thin coats im großen und ganzen sind die farben sehr intensiv und wie gesagt vom bemalsystem her sehr nah an dem was games workshop macht für jede farbe gibt es auch passend immer noch ein wasch da dazu die wasches haben mir persönlich sehr gut gefallen im großen und ganzen haben die ein sehr sauberes trocknungsbild wenig fleckig was mir groß gut gefallen hat und eine gute schattierungswirkung wie man es für ein wash oder ein shade erwartet zusätzlich gibt es bei den farben auch noch ein paar außenstehenden farben und zwar sind es in dem fall die metall farben von duncan roads jetzt beim testen ist mir aufgefallen dass diese farben sehr schnell trocknen das heißt selbst auf einer nasspalette wo man primär ja farben rauf macht die man zum mischen verwendet oder dass sie halt länger streichbar bleiben und dementsprechend länger feucht sind damit man halt länger mit arbeiten kann haben diese metall farben doch die tendenz sogar auf der mischpalette zu trocknen was ein bisschen schade ist weil das dann etwas den arbeitsprozess verzögert und natürlich dafür sorgt dass man mehr farbe verschwendet ist ein bisschen schade ist ähnlich wie wir als wenn man zum vergleich airbrush farben auf die nasspalette macht die trocknen auch ziemlich schnell und bei den metall pigment farben von den duncan roads colors ist das im prinzip das gleiche an sich sind die farben von der brillanz her sehr gut und wie das ganze dann aussieht kann ich euch mal hier kurz zeigen ich habe hier erstmal zwei simplere beispiele da haben wir dann zum beispiel hier von battlefield gothic eine gladius fregatte die haben wir dann dementsprechend mit lila ton und metall tönen bemalt man sieht halt farben sind schön leuchtend man hat eine gute brillanz bei der sache die kommen schön sauber raus das ganze dann auch noch mal für das gelb haben wir noch einmal einen gelb gemacht auch hier meiner meinung nach eine schön leuchtende farbe gute deckkraft gerade bei den gelbtonen mit den tooth and coats wunderbar gearbeitet hier hat sich ohne probleme bewerkstelligen dass ein vorher schwarz grundiertes modell gelb anzumalen man mag es nicht glauben so sachen gibt es mal immer wieder dass man eine gute gelbfarbe findet die halt hervorragend deckt ja der nächste schritt war dann natürlich ein paar elaboriertere modelle also ein bisschen feinere sachen zu bearbeiten da habe ich jetzt einfach mal nur ein beispiel euch rausgesucht wo ich am ende daran gearbeitet habe und zwar ist das hier so ein sag ich mal klassisches klassisches altes kleines spiel aus einem blister card game ich weiß jetzt nicht gerade ich glaube relic nights oder so hieß es da kann man sehen dass man hier mit der airbrush auch wunderbar die farben verarbeiten kann man hat hier einen übergang zwar von hell zu dunkel bei dem feuerschweif der aus ihren stiefeln kommt hier hinten gibt es dann noch einen schicken kleinen leuchteffekt für das modell auch bei der waffe oben haben wir dann einen kleinen osl effekt daran gesprüht hier das ganze modell ist mit dank roads farben bemalt die farben sind allesamt recht gut in meinem begriff gerade nach dem lackieren auch wie bei den games workshops farben kommt dann der eigentliche leuchteffekt der farbe bei raus das heißt das verändert das ganze gescheinungsbild noch ein bisschen manchmal mögen das manche nicht zum tabletop gamen sage ich mal ist das auf alle fälle vollkommen genug denn da möchte man ja dass man seine miniatur auch schön auf dem feld präsentiert und auch die farbe länger drauf bleibt deswegen lackiert man es ja letztendlich so sieht das ganze dann aus das ganze set wie gesagt gesponsert von ulysses an uns und wir werden da dazu auch noch ein painting tutorial machen und zwar geht es dabei um eine dsa figur das kommt dann im anschluss an dieses video in diesem rahmen erstmal vielen dank für die farben vielen dank an euch zuschauer und wenn euch das video gefallen hat als kleines feedback zu den farben packt uns doch unter in die kommentare am großen ganzen dann war es das auch schon und bis zum nächsten mal ciao